Hallo Leute, vor ein paar Wochen hatte ich das Privileg, dass mich Saal digital ausgewählt hat, mir ein Fotobuch aus der Professional Line zu bestellen. Ich habe einen Gutschein erhalten und konnte mir somit das Fotobuch nahezu kostenlos liefern lassen. Der Deal war, dass ich nach Erhalt der Lieferung eine ehrliche Bewertung zu dem Fotobuch verfasse, was ihr auch zu 100% von mir erwarten dürft. Vorweg schicken möchte ich, dass es mehrere Varianten an Fotobüchern bei Saal digital gibt. Es muss ja nicht immer die teuerste und hochfertigste Variante sein. Es gibt Fotobücher für nahezu jeden Anlass, im Hochformat, Querformat oder quadratisch. In Hardcover, Leinen, Holzoptik, Kunstleder oder wie in meinem Beispiel in Kombination Acryl mit Hardcover. Verschiedenste Papiersorten und Qualitätsstufen stehen zur Verfügung. Eine der besten Eigenschaften jedoch finde ich die sogenannte Lay-Flat-Bindung. Durch das jederzeit flache Seitenlayout ist es überhaupt kein Problem, ein Foto über die gesamte Doppelseite zu drucken, ohne dass ein Teil des Bildes verloren geht. So ein Fotobuch ist ideal für die Hochzeitsfotografie, für Geburten oder einfach nur für den letzten Urlaub. Wer will, kann sich das Fotobuch in einer hochwertigen Premium-Geschenkebox bestellen. An Varianten fehlt es also wirklich nicht. Grundsätzlich kann man viele Produkte von Saal digital auf der Homepage direkt gestalten und bestellen. Hiervon rate ich jedoch ab. Saal bietet sowohl für Apple als auch für Microsoft Nutzer eine App zum Download für euren Rechner an. Ihr habt ja viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten und das Handling ist wesentlich besser. Euer Buch kann zwischen 26 und 160 Seiten haben. In meinem Beispiel, das ich euch nunmehr kurz zeigen werde, habe ich mich wie bereits erwähnt für ein Acryl-Class-Cover-Fotobuch entschieden, welches in schwarzem Leder-Einband daherkommt. Insgesamt 44 Seiten in Premium-Fotopapier-Matt habe ich gestaltet, wobei die Cover-Rückseiten, erste und letzte Seite nicht bedruckt werden. Meine Designlinie habe ich eher schlicht gehalten. Mir war wichtig, dass verschiedenste Aufteilungen und Größen ausprobiert und gestaltet wurden. Mit Fotos im Hintergrund über die ganze Seite, zwei, drei oder mehr Bilder unterschiedlich verteilt. Sehr oft, sogar fast immer, habe ich Bilder über die Mitte des Fotobuchs drucken lassen, wie ihr in meinem Beispiel sehr gut sehen könnt. Die Seiten sind schön dick und stabil, aber nicht zu steif. Es gibt wohl noch eine Variante mit extra dicken Seiten. Ich glaube nicht, dass ich das schöner finde. Kommen wir zu einem kurzen Fazit. Ganz ehrlich, ich bin wirklich beeindruckt. Die Qualität ist wirklich außergewöhnlich. Das Cover in Acryl sieht klasse aus und in Kombination mit dem Ledereinband gibt es dem Buch einen edlen und professionellen Touch. In dieser Ausführung hat das Fotobuch rund 100 Euro gekostet. Ganz ehrlich, in meinen Augen ist es das absolut wert. Ich freue mich hier und jetzt darauf, meinen Kunden ein Fotobuch in dieser Art und Qualität gestalten zu dürfen. Nach der Online-Bestellung war das Buch innerhalb von drei Werktagen geliefert. Von meiner Seite kann ich das Fotobuch von Saaldigital uneingeschränkt empfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, bedanke ich mich für einen Daumen hoch. Um künftig keine Videos zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. 청ец in Syncions mit dem Lênング mit der Glocke Wir Elschen 距os verläng Gottes und seis